Und hörst du generell gerne 90er? Ja. 90er Trash? Hä, was heißt Trash? Das nennt man ja immer so Backstreet Boys und sowas. Oh mein Gott, kennst du Incomplete von Backstreet Boys? Ja klar. Boah. Fühlst du, ja? Richtig, ja. 15.000 Abonnenten schon. Wie weit wächst denn deine Reichweite noch an? Ich kann es kaum glauben, diese Zahl zu sehen. Wohin wird deine Karriere dich noch führen? Booster, Bratwurst, wir wünschen alles Gute. Wir hoffen, dass du weiter Videos machst. Wir lieben dich und deine Videos. Und wir hoffen, du hörst nie auf mit YouTube. Booster. Du wirst bald schon YouTube-Millionär. Du wirst sogar so groß, dass ganz YouTube dich verehrt. Um dich zu behalten, auf ihrer Plattform wird YouTube sogar. Hates mit Schrichtlinien entfernen. Busti, wir bitten dich um deine Güte. Wir hoffen, dass du YouTube reformierst. Busti, ja, du kämpfst für unsere Freiheit. Und über Zinsur wirst du für uns siegen. Booster, Brust. Erst aus der Burg Mafia kommt keiner gegen Busti an. Keine Schlacht, die er nicht leicht gewinnen kann. Busti, wir lieben dich, drum mache weiter. Wir wissen, dass dieser Song mega schwul klingt. Busti, wir beglückwünschen dich herzlich zu deinen 15.000 Abonnenten. Bust-A-Wurst. Bust-A-Wurst. Vertraue und glaube, es hilft, die göttliche Kraft!